Neue Medien bieten ein enormes Potenzial, um Europa demokratischer zu machen, um die Politik bürgernäher zu gestalten. Es gilt nun Wege zu finden, dieses Potenzial auszuschöpfen. Finde Worte für e-Democracy. Ich würde sagen, Participation, Inclusion, Effectiveness, Transparenz und Trust-Buildung. Media-Severness, Knowledge-Transfer und Transparenz. Wir fragen uns in den Slums, ob sie einen Ort finden, wo es Crime gibt, um ihn zu befinden. Geografisch können wir wissen, dass es die Hotspots gibt, wo Crime und Issues passieren. Die optimistische Partie ist, dass man sofort Dinge tun kann, um diese Technologien zu nutzen. Wie geht es um Bottom-Down-Communication? Was sind die realen Impacts von Open Data und Open Government? Wie wissen wir, dass es eine Veränderung ist? Ist es nur Wirtschafts-Economische oder ist es mehr Qualität der Lebensqualität? So, ich freue mich, wie die Diskussion, über die letzten paar Jahre, haben wir über die Zukunft gegründet. Das ist die richtige Sache. Das ist die richtige Sache. Das ist die richtige Sache. Und jetzt, wie wir es wirklich machen, was ist wirklich ein Einzimmern und was ist wirklich ein Sinn. Ich liebe die Faktion, dass es in Crems ist. Es ist schön hier. Und ich liebe die Saison der Konferenz. Ich kann mit Menschen sprechen, es fühlt sich nicht zu groß und die Sessions sind sehr gut, haben großartige Sprecher und varied Informationen, so ich finde es wunderbar so far. Okay, so was werden wir über 2019 sprechen? Ja, ich bin optimistisch. Ich denke, wir werden über die Veränderungen in Zusammenarbeit, insbesondere in Zusammenarbeit und Engagement mit Menschen. Ich denke, es werden viele Lehren gelernt werden. Wahrscheinlich wird es mehr sophisticated sein, wenn man sich in der Zwitserland-Tippe, wo jeder kann eine Verteidigung geben, und man kann mehr demokratische und effekte Ergebnisse bekommen. Wir wissen über die Themen C-DEM19, aber wir wollen Sie wiedersehen, nächste Jahr. Kommt zu Krems, submit Papers, wir sehen uns wieder in Krems. Bis zum nächsten Mal. Deine 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 Deine